Hallo meine Lieben, hier ein neues Video von Maya585. Ich hatte ja gestern von der Brigitte Box berichtet, habe dann jetzt dieses Mar-Kakao angerührt heute. Das Pulver sieht so aus wie Kakaopulver. Es riecht auch wie normales Kakaopulver. Es lässt sich aber sehr schlecht in die Milch einrühren, weil man kann es entweder mit Milch oder mit... Also man rührt es entweder in Milch oder in einem Nusstrink ein. Dann sollte man es nach Belieben süßen. Ich persönlich mache keinen Zucker rein, weil laut Packung sind da schon 8,5 Gramm Zucker drin. Also werde ich da definitiv keinen Zucker mehr reintun. Also wie man sieht, es lässt sich verdammt schlecht einrühren. Und schmecken. Ich probiere mal. Schmecken tut das Ganze auch nicht. Also meins ist es nicht. Wem schmeckt bitte? Aber sorry, ich muss es nicht haben. Tschüss. Ich bin jetzt. Vielen Dank.